Hallo, ich darf heute unseren Partner Mercury Marine auf unserem Stand begrüßen, die unser Hauptlieferant der Bootsmotorisierung sind und möchte euch gerne mal unsere Produkte vorstellen, die wir mit den Motoren ausstatten. Mein Name ist Michael Hammermeister und ich bin Geschäftsführer der Helbig Bootsmanufaktur in Erkelenz und ich lade euch jetzt mal eine Runde mit über den Stand zu laufen. Was kann Helbig? Helbig kann klein mit 3,10 Meter, Helbig kann aber auch groß mit 8 Meter, mit 20 PS oder mit 300. Ich möchte euch hier mal ein kleineres Boot unserer Produktion zeigen, das ist die Helbig Marathon V 485, die mit Motoren von Mercury zwischen 60 und 100 PS motorisiert wird normalerweise, wo ich persönlich den 80 bis 100 PS favorisiere, weil man da schon sehr viel Fahrspaß mit haben kann. Unsere Stärke aus unserer Produktion ist, dass wir unsere Boote in vielen Sonderfarben produzieren können, wie zum Beispiel dieses Grau und das mit einer angepassten Polsterung ausstatten. Unsere große Stärke ist, dass wir unsere GfK-Teile in Deutschland produzieren und dort Materialien einsetzen, die das Boot dauerhaft und langlebig machen. Als zukünftiger Eigner einer Helbig Vido haben Sie Möglichkeiten zwischen zwei verschiedenen Motosierungen zu wählen. Sie können einmal den montierten Außenborder aussuchen bzw. das Ganze mit einer Einbaumaschine ausrüsten. Leistungsmäßig können wir Außenborder bis 450 PS einbauen und Benzinmotoren als Einbaumaschine mit 420 PS. Alternativ können Sie natürlich auch einen Motor von Mercury haben mit Dieselantrieb. Wir produzieren ja nicht nur große Boote wie die Vido V790, sondern haben auch unsere Milos V630, die mit Innenborder und Außenborder produziert wird, sowie die Milos V580, die mit einer kleinen Motorisierung auch schon viel Fahrspaß bietet. Schön, dass Ihr bei uns wart. Wir haben uns gefreut, mit Mercury diesen kleinen Film über unser Unternehmen drehen zu können. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns noch auf der Boote in Düsseldorf bis zum 26. Januar besuchen würdet. Wir finden uns in Halle 3 auf dem Stand A71.